Liebe Schwangere, liebe Eltern, liebe werdende Eltern, es ist so, dass wir derzeit besondere Situationen haben, das wissen Sie alle. Diese besonderen Situationen zwingen uns dazu, Ihnen Informationen auf etwas anderem Wege zukommen zu lassen. Üblicherweise versuchen wir unseren Eltern-Info-Abend im Hörsaal abzuhalten, das ist leider derzeit nicht möglich. Das ist der Grund, warum wir jetzt diesen neuen Weg gehen. Sie bekommen alle Informationen, die Sie üblicherweise in dieser Veranstaltung mitbekommen, jetzt auf digitalem Weg. Sie können sich also in Ruhe diese Präsentation anschauen und ich glaube, dass in dieser Präsentation alle wesentlichen Fragen für Sie beantwortet werden. Wir haben die besondere bauliche Situation hier in der AK Altona, dass in unserem Perinatalzentrum wir ein eigenstehendes Gebäude haben. Das heißt also, dass wir vom Haupthaus abgekoppelt sind. Das ist für uns die gute Situation, dass wir selbstverständlich Sicherheitsmaßnahmen einfacher umsetzen können. Wir sind aber hier auch auf Ihre Mithilfe angewiesen. Das heißt, wir stellen Ihnen zur Verfügung, dass Ihr Mann oder Ihr Partner oder Partnerin bei der Geburt dabei sein dürfen, setzt aber voraus, dass jeder sich an die inzwischen geltenden Bestimmungen hält, dass Sie also wirklich diszipliniert in diesem Zentrum umgehen. Das heißt, zum Schutz von Ihnen, Ihrem Kind und natürlich auch Ihrem Partner ist es möglich, dass Sie so entbinden können in dieser Konstellation Partner, Schwangere und entsprechend Kind. Was nicht mehr möglich ist, dass wir Besuche empfangen können. Die Besuche müssen Sie tatsächlich zu Hause dann entsprechend empfangen, wenn es überhaupt erlaubt ist. Diese Situation kann sich auch noch ändern. Derzeit glaube ich aber, dass wir Ihnen eine sehr hohe Sicherheit bieten können hier im Perinatalzentrum. Die nachfolgenden Informationen dienen dazu, Sie auf den aktuellen Stand zu bringen. Das kann sich natürlich auch noch jederzeit ändern. Wir werden direkt darauf eingehen. Deshalb nochmal meine Bitte, wenn sich irgendwas ändert, kontaktieren Sie uns. Wir werden Sie selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude bei unserer Präsentation und ich wünsche Ihnen natürlich, dass Sie sicher, gut und mit viel Spaß bei uns entbinden. Vielen Dank. Liebe werdende Eltern, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Johanna Heinrich. Ich bin einer der Oberärzte hier im Perinatalzentrum der Asclepius-Klinik Altona und möchte Sie jetzt durch diese Informationsveranstaltung begleiten. Wie Eingangsprofessor Rago schon gesagt hat, befinden wir uns derzeit in besonderen Zeiten. Aufgrund des Coronavirus ist es leider nicht möglich, unseren Informationsabend wie sonst üblich jeden ersten und dritten Montag im Monat zu halten, sondern wir wollen Ihnen auf diesem Wege mit diesen Informationsveranstaltungen auf digitalem Wege einen Einblick in unsere Klinik ermöglichen und hoffen, dass wir auf diesem Wege viele Ihrer Fragen beantwortet bekommen. Vorab einmal nochmal auch von meiner Seite die Aufforderung, sollten Sie denn noch Fragen haben, sind Sie jederzeit herzlich willkommen, diese per E-Mail oder Telefon an das Sekretariat oder auch an den Kreißsaal zu stellen, sodass wir bestmöglich all Ihre Fragen beantworten können. Vorab einmal gesagt, wir Gynäkologen sind ein Ärzteteam aus 26 Mitarbeitern. Dazu gehören Chefärzte, Oberärzte, Fachärzte und Assistenzärzte. Es ist so, dass sieben Tage die Woche, 24 Stunden mindestens immer drei Gynäkologen vor Ort sind. Zu diesen drei Gynäkologen gehört ein Oberarzt und zwei erfahrene Assistenzärzte. Des Weiteren haben wir natürlich ein großes Team von Hebammen und Wochenstationsschwestern sowie auch Hebammen auf der Wochenstation und auf unserer Pränatalstation, sodass wir insgesamt ein großes geburtshilfliches Team bilden. Zu diesem Team gehört aber außerdem auch noch unsere Neonatologie. Das heißt, die Kinderärzte und Kinderkrankenschwestern sind permanent rund um die Uhr zu jeder Zeitpunkt hier vor Ort, ebenfalls sieben Tage die Woche, 24 Stunden. Das auch im Fall dessen, dass Ihr Kind vielleicht zu früh kommt, dass ein Frühchen eine Frühgeburt wird oder aber auch es zu Komplikationen kommen sollte, Ihr Kind binnen Sekunden kompetent versorgt ist. Ein weiterer wichtiger Aspekt unseres Teams ist natürlich auch die Anästhesie. Die Anästhesie besteht auch aus sehr, sehr vielen Ärzten und Anästhesiepflegern, sodass permanent rund um die Uhr auch ein Anästhesie-Team für Sie vor Ort zur Stelle ist. Dies ist notwendig zum Beispiel bei dem Wunsch nach einer PDA, nach einer Periduralanästhesie, wenn die anderen Schmerzmittel bereits erschöpft sind und Sie da eben noch weitere Versorgung brauchen oder aber auch im Falle eines Notfalls, dass man eine Narkose braucht, einen Kaiserschnitt oder eine Spinalanästhesie, ist ebenfalls rund um die Uhr ein großes Team aus kompetenten Kollegen vorhanden. Auf die einzelnen Aspekte werde ich jetzt noch in den weiteren Videos näher eingehen und möchte Ihnen an dieser Stelle ganz viel Spaß wünschen und hoffe, dass wir mit dieser Informationsveranstaltung Ihnen helfen können. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir Sie in wenigen Wochen bei uns begrüßen dürften. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, eine schöne Schwangerschaft und viel Spaß. Ein paar Zahlen und Fakten. Unser Perinatalzentrum beinhaltet insgesamt sieben Kreissäle, drei Entspannungsbäder und vier Wehenzimmer. Im Anschluss sehen Sie auch noch Videos über unsere Räumlichkeiten, die Ihnen einen ersten Eindruck geben sollen. 2019 waren wir die zweitgrößte geburtshilfliche Klinik in Hamburg mit 3547 Geburten. Wir haben eine Kaiserschnittrate von etwa 35 Prozent, wobei im Unterschied zu vielen anderen Kliniken in Hamburg bei uns auch primäre Wunschkaiserschnitte durchgeführt werden und wir einen großen Anteil an Frühgeborenen und Risikogeburten haben, sodass diese Rate an Kaiserschnitten eher dadurch erklärt werden kann und nicht an vorzeitig abgebrochenen vaginalen Entbindungen. Ein Dammschnitt wird bei uns extrem selten durchgeführt. Nur in Notfällen oder bei Frühgeburten zum Schutz des Frühchens kann es in seltenen Fällen mal zum Dammschnitt kommen, sodass die Rate bei uns bei circa ein Prozent liegt. Insgesamt haben wir eine Bettenkapazität von 53 Betten. Zu den Zimmern und Optionen kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt. Wir bieten Ihnen bereits im Vorfeld ein großes Kursangebot rund um die Schwangerschaft und Geburt und Wochenbett an. Dazu gehören zum Beispiel Geburtsvorbereitungskurse, Akupunktur oder auch Rückbildungskurse. Bei Interesse können Sie sich entweder per Telefon unter 040 18 18 81 3000 an Montagen und Donnerstagen in der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr informieren oder eine E-Mail an elternschule.altona.asklepios.com schicken. Ab der 34. Schwangerschaftswoche können Sie sich zur Geburt bei uns anmelden. Am besten können Sie sich auf unserer Homepage online einen Termin vereinbaren. Der Termin bei uns sollte dann in der 34. Schwangerschaftswoche stattfinden. Dieser beinhaltet eine Kombination aus Administration, einem Hebammen- und einem Arztgespräch. Es werden mit Ihnen sowohl die Krankenhausverträge besprochen, als auch bereits standesamtliche Unterlagen wie Geburtsurkunde und der Antrag auf Kindergeld mitgegeben. In dem Geburtsplanungsgespräch werden Sie erst mit einer Hebamme sprechen. Dabei wird auf bisherige Schwangerschaften und Geburten eingegangen sowie die Themen der aktuellen Schwangerschaft besprochen. Anschließend erfolgt ein Beratungsgespräch mit einem Frauenarzt, sodass individuell auf Ihre möglichen Sorgen, Ängste und Wünsche eingegangen werden kann. Eine häufige Frage von Schwangeren ist, wann muss ich mich denn auf den Weg in den Kreißsaal machen? Wenn Sie regelmäßige Wehen haben, die circa eine Minute anhalten und so intensiv sind, dass Sie sich auf diese Wehe konzentrieren müssen und diese vielleicht auch verpusten müssen, ist das ein gutes Zeichen, dass es losgehen könnte. Des Weiteren kann Abgang von Fruchtwassereingeburtsbeginn Zeichen sein sowie eine Zeichnungsblutung, das heißt eine leichte Schmierblutung. Weitere Informationen rund um die Geburt erhalten Sie jetzt von meiner Kollegin Hebamme Monika Peters im nächsten Video. Ja, hallo und herzlich willkommen im Namen des Hebammenkontors Altona. Mein Name ist Monika Peters. Ich bin eine von zurzeit 38 Hebammen, die auf der Pränatalstation, in der Geburtsanmeldung und im Kreißsaal tätig sind. Wir sind seit 2017 ein freiberufliches Hebamme-Team. Das bedeutet, dass wir uns entschieden haben, für Sie in 12-Stunden-Schichten zu arbeiten. Da erkläre ich einmal ganz kurz viele, viele Vorteile für Sie als Schwangere. Wir sind deutlich länger für Sie da. Wir können tatsächlich gewährleisten mit unserer Besetzung mit fünf Hebammen tagsüber und nachts und zusätzliche Berufsdiensten, dass wir fast eine 1-zu-1-Betreuung haben und viele Schwangere oder viel Gebärde tatsächlich auch nur eine Hebamme sehen, bis das Baby da ist. Das hat für Sie viele Vorteile und für uns natürlich auch. Ansonsten ist es so, dass die meisten Hebammen von uns auch in der Geburtsanmeldung tätig sind. Da melden Sie sich in der Regel ungefähr um die 36. Woche für einen Termin, wo Sie gemeinsam mit einer ärztlichen Kollegin und einer Hebammenkollegin einmal die Schwangerschaft besprechen, eventuell Vorerkrankungen, Probleme Richtung Geburt oder eben auch Besonderheiten oder ganz einfach Wünsche, die sie mitbringt zur Geburt, die wir schon erfassen und dann einfach sozusagen zur Geburt sofort vorliegen haben, sodass wir dann sie gut betreuen können und ihren Wünschen entsprechend alles regeln können. Dann ist das in der Regel so, dass sie ungefähr ja plus minus zehn bis 14 Tage um den errechneten Stichtag irgendwann sich zu uns auf den Weg machen. Die meisten kennen ja dann schon unsere Räumlichkeiten, weil sie schon einmal da waren. Sie kommen dann in den ersten Stock zu uns in den Kreißsaal. Tagsüber, wenn die Anmeldekollegin da ist, melden Sie sich bitte kurz einmal an. Dann erhalten Sie sogar Patientenarmbänder und Etiketten, die Sie dann mit nach oben bringen. Am Abend oder am Wochenende kommen Sie bitte direkt in den ersten Stock in den Kreißsaal, wo wir Hebammen sind und Sie dann in Empfang nehmen. In der Regel wird es dann so sein, die meisten kommen ja rund um den Geburtstermin, dass wir zuerst ein sogenanntes CTG schreiben. Das ist die Herzton-Wenenaufzeichnung. Da schauen wir einmal, wie es dem Baby geht, wie die Wehenqualität ist. Wir würden anschließend dann einmal gemeinsam besprechen, wenn wir wissen, wie weit der Muttermund schon geöffnet ist, wie der aktuelle Stand ist und was es für Möglichkeiten gibt, wie Sie sich dann bewegen können, vielleicht auch schon ein bisschen was gegen die Schmerzen brauchen. Das würden wir dann gemeinsam entscheiden. In der Regel ist es so, dass die erste Phase der Geburt, die dauert ja im Durchschnitt so zehn bis zwölf Stunden, diese sogenannte Eröffnungsphase. Da sind die meisten Frauen, sie haben ein Mobil noch, wollen sich gerne viel bewegen. Das heißt, sie dürfen gerne auf dem Gelände bei uns draußen oder im Kreißsaal spazieren gehen, gerne in die Badewanne, auch gerne öfters, wenn sie mögen und sich bewegen sich einfach sonst auch in den Kreißsaal. Wir haben Hängetüche, an denen sie hängen können, wir haben Patsybälle, wo sie sich draufsetzen können oder einfach mal ins Bett legen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. In der Phase der Eröffnung schreiben wir auch nicht dauerhaft CTG. Das bedeutet, sie sind alle anderthal bis zwei Stunden am CTG. Wir haben auch in allen Räumen eine Möglichkeit der Drahtlosen überwachen, so dass sie auch da während der gesamten Zeit ganz mobil sein können und wenn sie nicht im Bett liegen möchten, eben auch in ihren jeweiligen Positionen gerne bleiben können. Dann ist es so, dass wir einfach gemeinsam schauen, immer je nach Geburtsfortschritt, ob es vielleicht Sachen gibt, die sie vielleicht brauchen oder vielleicht eben auch schon ganz kleine Schmerzmittel. Angefangen vielleicht von homöopathischen Mitteln, mit denen wir arbeiten, wo fast alle Gebäude sehr, sehr fit sind. Das sind kleine pflanzliche Globulis. Wir haben gängige Medikamente, die sie aus dem Alltag kennen, Paracetamol, Buscopan. Wir haben leichtere Schmerzmittel, die man über die Vene oder über die Muskulatur verabreichen kann. Und wir haben dann natürlich auch die Möglichkeit, gemeinsam in der Anästhesie eine PDA zu legen für Frauen, die vielleicht Besonderheiten haben, wo es notwendig sein sollte, beziehungsweise eben, wenn sie das gerne wünschen, würden wir dann gemeinsam mit der Anästhesie sozusagen die PDA vorbereiten und dann würden sie die tatsächlich auch im Kreis all jederzeit bekommen. Ja, dann wird es irgendwann so sein, dass der Muttermund ganz auf ist und dann beginnt die letzte Phase der Geburt und da schauen wir dann einfach gemeinsam, was ist sozusagen die sinnvolle Position. Da gibt es ganz, ganz verschiedene Positionen. Vieles haben Sie vielleicht schon gehört im Geburtsvorbereitungskurs. Das sind dann Sachen wie eine Hockergeburt, eine Geburt im Stehen, im Vierfüßlerstand, in der Seitenlage oder natürlich auch im Wasser. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und wir schauen gemeinsam mit Ihnen, welche für Sie sinnvolle Position ist. Diese Phase der Austreibung kann auch noch mal so zwei bis vier Stunden dauern bei einer Erstgebärmung. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, aber da werden wir Sie gut begleiten und dann werden Sie auch ständig eine Hebamme haben, die jederzeit für Sie da ist. Ja, und dann wird es irgendwann so sein, dass das Baby sich auf den Weg macht. Das ist dann sozusagen ja dann die Geburt und wenn das Baby geboren ist, dann legen wir es direkt zu Ihnen auf die Brust. Das heißt, das Baby verbleibt die ganze Zeit bei Ihnen und bondet von Anfang an, so heißt das bei uns, auf der Brust, bis es das erste Mal auch an der Brust getrunken hat. Das passiert in der Regel nach 20 bis 30 Minuten. Das Baby macht die ersten Hungerzeichen, es bewegt die Ärmchen, es schmerzt, es fängt so ein bisschen an zu rocken Richtung Brust sogar manchmal. Also da gibt es verschiedene Anzeichen, wann das Baby auch das erste Mal saugen möchte. Und da begleiten wir Sie, helfen Ihnen und schauen, dass es das auch sehr, sehr gut klappt. Das klappt in der Regel im Kreißsaal immer, in den ersten spätestens ein bis zwei Stunden, sodass eben alle Babys dann auch einmal an der Brust getrunken haben. Dann ist es so, dass die meisten einmal nachfragen, ob die Nabelschnur auspulsiert. Bei ganz normalen Geburten, wo es keine Komplikationen gibt, lassen wir natürlich die Nabelschnur auspulsieren und dann ist es in der Regel so, dass die Partner, die bei der Geburt dabei sind oder die Begleitung auch gerne das Baby mit der Hebamme abnabeln darf. Und dann warten wir natürlich noch auf die Nachgeburt, auf die Plazenta, die innerhalb der ersten halben Stunden nach der Geburt sich auch auf den Weg macht und ganz natürlich geboren wird. Die Hebamme und die Ärztin, die bei der Geburt dabei sind, die inspizieren die Plazenta. Das heißt, sie schauen einmal an, ob alles in Ordnung ist. Und wenn dann alles in Ordnung sein sollte, dann ist schon fast die Geburt beendet. Es könnte tatsächlich manchmal sein, dass es noch eine kleine Verletzung gibt, die genäht werden muss. Das machen die Gynäkologinnen in der Regel mit einer ganz normalen öffentlichen Betäubung, beziehungsweise wenn sie eine PDA haben, wird diese zur Geburt oder auch zur Naht dann aufgespritzt, sodass sie da auch keine Schmerzen haben, sondern dass da auch alles gut betreibt ist. Dann ist es so, dass sie dann in der Regel nach zwei bis drei Stunden aus dem Kreißsaal als Familie entlassen werden. Die Hebamme macht zum Ende der Zeit einmal die U1 bei den Neugeborenen. Das ist die erste Untersuchung. Die findet im Kreißsaal statt. Bei ganz normalen physiologischen Geburten wird es durch die Hebamme durchgeführt. Bei Besonderheiten kommt natürlich jederzeit der Kinderarzt dazu, der innerhalb von zehn Sekunden über uns sofort zu erreichen ist und jederzeit auch verfügbar ist, wenn es gut sein sollte. Ja, eine Frage ist häufig noch, darf man essen und trinken während der Geburt? Sie dürfen während der gesamten Geburt essen und trinken, wenn sie möchten. Viele Frauen möchten eher weniger essen zum Ende hin, aber vielleicht, wenn sie einen Müsliriegel, eine Banane oder eine Kleinigkeit sich in die Tasche einpacken, wäre es ganz sinnvoll. Ansonsten haben wir natürlich auch alles da im Haus, was sie brauchen und trinken ganz normal Wasser, Kaffee, Tee, wenn sie möchten. Und ansonsten, wenn sie noch zusätzliche Wünsche haben, würden sich gerne was mit. Ja, ich glaube, ich habe jetzt schon relativ viel erzählt und hoffe, dass sie dann, wenn sie zu uns zur Geburt kommen, auch in den heutigen Zeitungen vorbereitet sind. Und wir freuen uns, wenn sie und ihre Partner dann irgendwann bei uns zur Geburt sind und das hier beim Team und die ärztlichen Kollegen sie begleiten. In diesem Video möchte ich Ihnen einen Eindruck unserer Räumlichkeiten des Kreißsaals geben. Hier ist der Empfang. Meine nette Kollegin Antje Düvel begrüßt Sie hier. Und hier sehen Sie den Flur des Kreißsaals. Hier sehen Sie exemplarisch unseren Kreißsaal 4. Die Besonderheit von diesem Kreißsaal ist die Gebärwanne, die eine Wassergeburt ermöglicht. Ansonsten besteht in jedem Kreißsaal die Möglichkeit, auf dem Hocker zu entbinden oder im Stehen auf der Matte. Außerdem bieten wir Petsi-Bälle an, die besonders angenehm in der Öffnungsphase sein können. Jeder Kreißsaal verfügt über ein Seil, in das Sie sich in der Wehe zur Entlastung reinhängen können. Und natürlich bieten wir Ihnen auch, das klassische Bett zur Entbindung an. Insgesamt haben wir drei Entspannungsbäder in unserem Kreißsaal. Dies ist exemplarisch eins davon. Ein Entspannungsbad bietet sich vor allem zur Schmerzlinderung in der Öffnungsperiode an. Alle Bäder haben einen Sternenhimmel an der Decke, der eine besonders angenehme und entspannte Atmosphäre verbreitet. Dieses Video zeigt Ihnen eins unserer vier Wehenzimmer. Die Wehenzimmer werden vor allem genutzt, wenn Sie mit der Frage, ob Sie einen Geburtsbeginn haben könnten, zu uns kommen und zur Überwachung bei Geburtseinleitung. Üblicherweise streben wir eine natürliche vaginale Entbindung an. Manchmal ergeben sich allerdings andere Situationen, die einen Kaiserschnitt erforderlich machen. Dazu gehören Frühgeburten oder Risikogeburten, aber auch Komplikationen im Verlauf einer ursprünglich natürlich angestrebten Geburt, wie zum Beispiel auffällige Herztöne im CTG oder ein Geburtsstillstand. Einige Frauen wünschen sich auch von vornherein einen Kaiserschnitt, deshalb an dieser Stelle ein paar Fotos als Eindruck aus dem Sektiofi. Eine Geburt ist eine schmerzhafte Angelegenheit, da muss man sich nichts schönreden. Aber ein Glück gibt es diverse Möglichkeiten, um eine Schmerzlinderung zu erreichen. Dazu gehören konservative Maßnahmen, wie zum Beispiel ein Entspannungsbad oder auch homöopathische Mittel. Ebenso kann man aber über einen intravenösen Zugang nachdenken, über den man Schmerzmittel verabreichen kann, wie zum Beispiel Paracetamol oder Buscopan oder, wenn diese Schmerzmittel nicht mehr ausreichen, auf Morphine umsteigen. Wenn alles nicht weiterhilft, ist es jederzeit möglich, eine PDA zu legen. Neben dem Wunsch der Patientin nach einer PDA gibt es auch medizinische Indikationen für eine Periduralanästhesie, wie zum Beispiel der Geburtsstillstand. Anhand diesen Bildes möchte ich Ihnen grob erläutern, was bei der PDA eigentlich gemacht wird und was der Unterschied zur Spinalanästhesie ist. PDA steht für Periduralanästhesie. Dabei wird ein Katheter, ein ganz dünner Schlauch, nach einer örtlichen Betäubung im Bereich der Lendenwirbelsäule eingeführt. Dabei verbleibt der Katheter bis nach der Entbindung im sogenannten Periduralraum. Wie auf dem Bild erkennbar, wird die harte Rückenmarkshaut nicht durchdrungen und der Katheter hat keinen Kontakt zum Rückenmark. Über einen Knopf können Sie sich selbst, wann immer Sie aufgrund von Schmerzen Bedarf haben, einen Bolus an Schmerzmittel geben. Viele Frauen kommen durch eine PDA nochmal zur Ruhe und können trotz weiterhin bestehender Wehen nochmal ein wenig schlafen und Kraft für die Geburt sammeln. Im Unterschied zur PDA wird bei der Spinalanästhesie ein Rückenmarksraum weiter punktiert. Dies können Sie ebenfalls auf dem Bild erkennen. Hier wird einmalig eine Dosis Schmerzmittel in den Spinalkanal infiltriert und kein Katheter gelegt. Die Spinalanästhesie wird typischerweise bei Kaiserschnitten gelegt, da sie stärker betäubt, sodass eine Operation möglich ist, Sie aber bei der Geburt Ihres Kindes wach sind und diese aktiv miterleben können. Da eine PDA und eine Spinalanästhesie in die Hände eines erfahrenen Anästhesisten gehören, werden Sie selbstverständlich zuvor aufgeklärt und der Anästhesist geht individuell auf Ihre Vorgeschichte, Bedürfnisse und Fragen ein. Nach der Geburt dreht sich vor allem viel um Ihr Kind und Sie werden von unserem Fachpersonal der Pflege auf der Wochenstation kompetent betreut und angeleitet. Um Ihnen dazu weitere Informationen zu geben, möchte ich Ihnen das folgende Interview mit unserer Leitung der Wochenstation, Anja Abassi, präsentieren. So, herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle Anja Abassi vorstellen. Anja Abassi ist bei uns hier die Leitung der Wochenstation und mit diesem Video möchte ich einmal Ihnen näher bringen, was denn bei uns auf der Wochenstation so passiert und was Sie hier alles lernen können und auch für Ihre Zeit zu Hause mitnehmen können. Hallo Anja, erstmal. Vielen Dank. Hallo Johanna. Ja, magst du mal erzählen, was ist eigentlich so bei euch auf der Wochenstation für die Patientinnen, die bei uns entbinden, was wir da anbieten und was eben die Patientinnen alles bei euch lernen? Ja, sehr, sehr gerne. Also zu uns auf die Wochenstation kommen Sie so zwei bis drei Stunden nach der Geburt und dann werden wir zusammen uns das Baby angucken. Wir werden darüber sprechen, schon mal informieren, was gerade in den ersten Stunden wichtig und nötig ist. Das Wichtigste ist ja, wie ich finde, auf die Signal des Babys zu achten und das kennenzulernen. Und da weisen wir Sie darauf hin, gerne auch mit Ihrem Partner dabei natürlich. Und das ist ja etwas, was wir ja im Moment ja auch weiterhin anbieten. Und das ist uns sehr, sehr wichtig. Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit, überhaupt mit Ihnen im Gespräch zu sein, sie anzuleiten zum Wickeln, sie anzuleiten in der Körperpflege des Babys. Was ist zu beachten am Nabel? Wie ist die physiologische Gewichtsentwicklung? Wie viel darf ein Baby abnehmen in den ersten Tagen? Wie ist es mit dem Trinken? Wie oft sollte das Baby trinken? Dann steige ich da mal direkt ein sozusagen. Du hast ja als erstes vorhin gesagt, wenn die Patientinnen, die frisch entbunden haben, dann auf die Wochenstation kommt, dann achtet ihr auf die Signale des Kindes. Ich vermute mal, du meinst damit irgendwie, wie äußert es sich? Will es vielleicht trinken oder ähnliches? Vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen, was sind das für Signale und was macht ihr denn? Ja, sehr, sehr gerne. Also Babys, die sind ja ganz kompetente kleine Wesen, die das natürlich schon anzeigen können. Und erste Signale sind tatsächlich schon mal so mit dem Köpfchen so langsam und vorsichtig hin und her zu bewegen, die Äuglein zu öffnen und überhaupt die Zunge herauszubringen. Die fangen an zu schmatzen und bringen auch schon die Hand Richtung Mund dann als Zeichen. So, jetzt kann es mal so langsam losgehen, ganz genau. Und ihr helft ja auch vor Ort, also auf der Wochenstation. Also ihr leitet die Frauen an zum Stillen. Richtig, da haben wir auch Stillung-Laktationsberaterin, die auf Zimmer kommen. Und natürlich auch mit dem gesamten anderen Team. Das ist ja ganz, ganz klar auch, dass wir da Anleitung geben. Es gibt schon so ein paar Dinge, die da zu beachten sind. Nämlich hat man selbst eine gute Position, liegt das Baby so davor, dass es sich nicht erst anstrengen muss. Und dann leiten wir an und gucken uns das auch an, ob das Baby ausreichend Brust im Mund hat. Dass es eben geschmerzt für die Frau. Und eben auch, was ich ganz wichtig finde, wenn das Baby viel Brust im Mund hat, dann kann es sich auch die ganze Milch, die es in dem Moment benötigt, auch abholen. Und manche Babys brauchen eine Einladung. Die zeigen, dass die Signale vielleicht nur ganz, ganz versteckt oder auch manchmal so gar nicht. Und da sprechen wir auch darüber, wenn ein Baby länger schläft und sich so wenig bemerkbar macht, dann zeigen wir, wie ein Baby auch aufgeweckt werden kann. Also ihr seid die ganze Zeit vor Ort unterstützt, erklärt und helft einfach die ersten Tage, da die frischgebackene Mutter eben zu zeigen, was eigentlich wichtig ist. Genau, wir sind so in drei Schichten unterwegs, früh, spät und nacht. Und es gibt dann auch immer eine feste Ansprechpartnerin mit Auszubildenden dann noch dabei. Und mit der werden ja die ganzen Termine vereinbart. Die managt so den Tagesablauf. Und dann werden die Dinge besprochen, was alles so nötig ist. Wir wiegen die Babys immer einmal am Tag. Das machen wir immer so um die Geburtzeit herum. Dann gibt es Verabredungen und dann auch das Gleiche am zweiten Tag. Dann wird auch das Baby wieder mit den Eltern, mit der Mutter zusammen auf die Waage gelegt, die Körperpflege durchgeführt, der Nabel wird angeschaut. Und dann wird auch Blut abgenommen, der Stoffwechseltest am zweiten Tag. Dann wird auch die zweite Vorsorgeuntersuchung durchgeführt. Das ist etwas, was wir dann mit ihm besprechen, wann es soweit ist auch. Und wenn dann... Die U2 meinst du damit, ne? Die U2 ist das, genau. Das ist ja frühestens 48 Stunden nach der Geburt möglich. Genau. Und bieten wir hier auch jeden Tag in der Woche an. Genau. Und in dieser Zeit gibt es viel anzugucken, viel zu lernen. Und deshalb empfehlen wir auch die Zeit, die so dazwischen liegt, auch um sich auszuruhen, zu gucken, wie viele Besucher müssen irgendwie her. Im Moment ist es ja gar kein Besuch, ganz genau. Der Vater darf ja keiner mehr mit dabei sein, genau. Jetzt hattest du ja vorhin schon so ein bisschen was zu Pflege gesagt. Das heißt, ihr würdet dann den Eltern das auch zeigen, so was, war gerade schon ein Stichwort Nabelfliegen gesagt, hattest schon das Stichwort normale Gewichtsreduktion gesagt und auch so Wickeln. Vielleicht magst du da irgendwie noch mal ein bisschen, zwei, drei Sätze zu sagen, was ihr da so zeigt oder was? Ja, also wir gucken uns immer an, wie, wie, wie. Also das merken die Eltern gar nicht, was wir alles so nebenbei noch abchecken. Aber natürlich erläutern wir das auch, dass wir uns immer einen Gesamteindruck verschaffen und daraufhin dann auch die Eltern schon darauf hinweisen, ist das Baby wach, ist es eher müde, hat es irgendwie so kleine Neugeborenen-Pickelchen am Körper verteilt, was ja was ganz Normales ist, das darf ja sein. Dann erzählen wir auch, dass sie auch mal wandern, dass die mal eine andere Farbe mal haben können. Gucken uns immer die Hautfarbe des Babys auch an, weil die können ja anfänglich ja auch immer mal so ein bisschen gelblich werden. Dann erläutern wir auch das, was das bedeutet, was das für Auswirkungen haben könnte. Das ist ja auch gar nicht so selten, so eine Gelbsucht sagen, sagt man ja im Franzosen dazu. Ist das ein großes Problem oder müssen die Eltern dann besonders lange bleiben? Was machen wir dann mit dem Kind? Ja, das kommt ganz auf den Wert an. Das wird, je nachdem wie hoch der Wert ist, guckt man auch noch, wie viele Stunden, Lebensstunden hat das Leben. Genau, der ist in Abhängigkeit vom Lebensalter der Babys, von den Stunden tatsächlich. Und da gibt es bestimmte Grenzen und wenn die in der Norm bleiben, dann ist darauf zu achten, dass die Babys halt regelmäßig trinken und das so Minimum achtmal am Tag. Aber es bedeutet erstmal nur mehr Obacht von eurer Seite und das ist überhaupt nicht so dramatisch. Weil ja viele Eltern davor dann doch Sorge haben. Also auch das begleitet ihr kompetent. Und wie lange bleibt so eine frisch Entbundene dann bei uns? Ja, also die meisten gehen tatsächlich nach der zweiten Vorsauguntersuchung. Also das ist dann nach 48 Stunden, das ist dann so der dritte Tag. Und wenn der Kinderarzt oder die Kinderärztin dann ihr okay geht, dann ist alles in Ordnung. Die Hebamme steht in den Startlöchern, dann kann das losgehen. Und gibt es Unterschiede zwischen normaler Geburt, Saugglocke und Kaiserschnitt? Ja, also Mütter, die mit einem Kaiserschnitt oder durch einen Kaiserschnitt entbunden wurden, die bleiben meist dann ein, vielleicht zwei Tage länger da. Ja, also so Kaiserschnitte, drei, vier Tage bleiben möglicherweise. Und die Patienten, die normal entbunden haben, können ja sogar vier Stunden nach der Geburt am Land auch nach Hause gehen. Wenn das ihr Wunsch ist, dürfen sie auch vier Stunden, wenn alles gut ist, die Wasser lassen können, der Kreislauf stabil ist, dürfen sie auch schon nach vier Stunden nach Hause gehen. Und ansonsten bieten wir aber eben genau aus den Gründen, was du alles gesagt hast, eben an, dass man die U2 mitnimmt, also frühestens 48 Stunden und in der Zwischenzeit lernt, wie wickele ich denn eigentlich, wie stille ich denn eigentlich, wie sieht ein Kind normal aus, was ist eigentlich erlaubt, was passiert da mit den Nabel. Einfach, dass sie mehr da einen Eindruck bekommen, was ist normal, was ist richtig. Ja, genau. Sehr gut. Ja. Okay. Ja, also auch in diesem Sinne, von unserer Seite auch von der Wochenstation, freuen wir uns sehr, wenn Sie dann sich vielleicht für unsere Klinik entscheiden würden. Und ja, dann sehen Sie vielleicht demnächst auch an, ja, was Sie oder mich. Ja. Schöne Spangerschaft dann. Die Osteopathie für Neugeborene ist ein besonderes Angebot von unserem Haus an Sie. Dreimal die Woche kommt eine Osteopathin und behandelt vor allem Kinder, die durch einen Kaiserschnitt oder eine Sauglocke zur Welt gekommen sind. Die Osteopathie ist eine ganzheitliche Heilmethode, bei der über sanfte Manipulationen Funktionsstörungen behoben werden. Wir informieren Sie gerne genauer, wenn Sie Bedarf und Interesse haben. Ich hoffe, die Informationen, die Sie in dieser Präsentation erhalten haben, konnten viele Ihrer Fragen beantworten. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für unsere Klinik entscheiden. Die letzten Abschlussworte richtet nun Professor Ragosch an Sie. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen und wünsche im Namen des gesamten Teams Altona eine schöne, unbeschwerte Schwangerschaft. Bleiben Sie gesund. Ich hoffe, dass Sie mit diesen Informationen einiges anfangen können, dass wir Ihnen Sicherheit geben können, dass Sie tatsächlich gut in unserer Klinik entbinden können und dass Sie keine Angst haben müssen, dass Sie oder Ihrem Kind oder auch Ihrem Partner irgendetwas passiert. Ich kann Ihnen auch als Erste, Herr Direktor, versprechen, dass wir alles dafür tun werden, dass die Sicherheitsbedingungen eingehalten werden, um Ihnen entsprechend auch zu gewährleisten, dass Sie nicht erkranken. Und ich glaube, dass wir gut aufgestellt sind. Ich glaube, dass auch in Deutschland die Medizin gut aufgestellt ist und dass Sie sich keine Sorgen machen müssen, dass irgendetwas passiert. Wenn jedoch Fragen sind, wenn Sie Unsicherheiten haben, tun Sie mir einen Gefallen, schicken Sie uns eine Mail, kontaktieren Sie uns entweder über die Sekretariate oder direkt im Kreißsaal. Versuchen Sie aber bitte auch, das auf wichtige Fragen zu beschränken, weil Sie können sicherlich sich vorstellen, dass wir in der derzeitigen Situation viele, viele Fragen haben, viele Probleme haben, uns natürlich um die Patienten, die derzeit in der Klinik sind, kümmern müssen. Trotzdem nochmal gesagt zum Abschluss, viel Spaß bei der Entbindung. Ich freue mich auf Sie. Unser ganzes Team freut sich auf Sie. Und ich kann Ihnen versprechen, dass Sie sicher hier entbinden werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.